Hi Leute, hier ist euer Landfuck und ich spiele hier Mafia 3 und da ist mir doch glatt folgendes lustige schon passiert, top bug muss ich sagen, das Spiel haut mich jetzt schon um, wir kommen auf jeden Fall da vorne bei irgendeiner Bank an oder sowas oder bei irgendeinem Polizeigebäude, ich weiß es nicht, nur mir muss eine Bank sein und dann passiert exakt das, bewacht von irgendwelchen Sicherheitspersonen und ich zieh einfach nur so eine Leiche mit rein. Die Leiche davor und könnte zu Ihnen, aber fahren wir weiter. Also nicht, oh Gott, dieses Spiel. Kann sein, dass die Jungs manchmal etwas zu wahren, Ton am Leib haben. Wir sind schon öfter, eine Gäste hat, wir sind schon klar, wir sind nur ein Lager, wir sind nur ein Lager, wir sind nicht immer ein Lager, wir sind nicht immer ein Lager. Spiel das macht jetzt schon echt Spaß. Also ciao bis dann.